Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen in der Theorie. So, heute geht es um Arrays. Arrays sind so das erste Konstrukt, was ich sagen muss. Okay, das braucht ein bisschen Kirchenschmalz, also schön aufpassen und ja, viel Erfolg dabei. Wenn ihr es nicht ganz verstanden habt, dann einfach das Video nochmal gucken oder mir Fragen stellen, Kommentare, Nachrichten. Ich habe sogar Facebook und Twitter, unten in der Beschreibung steht das normalerweise alles dabei. Okay, so, also was sind Arrays? Arrays sind sozusagen Anhäufungen von einem Typ. Das heißt, ihr habt nicht nur eine Variable davon, sondern mehrere. Wir werden das Ganze jetzt wieder mit einem Integer machen, mit einem stinknormalen und werden hier keine Ahnung, sonst wie 0 oder sowas reinschreiben. Okay, so, und was ich jetzt mache ist folgendes. Ich habe nicht nur ein Integer, sondern ich habe mehrere davon. Das heißt, ich habe sowas wie, man schreibt es normalerweise in diese eckigen Klammern hin. Und dann haben wir jetzt hier zum Beispiel ein Integer 1,1,0,0. Ähm, 5 und 42, sowas in die Richtung. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier nicht nur einen einzigen Integer, sondern wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück davon. So, und die wollen wir jetzt direkt hintereinander haben. Sprich, im Speicher liegen die dann auch später direkt hintereinander. Das ist bei manchen Programmiersprachen extrem wichtig. Bei anderen fällt euch das nicht mal auf. Ähm, ach, noch eine Kleinigkeit. Es gibt nicht in jeder Sprache Arrays. Manche Sprachen benutzen lieber Listen. Die werden wir dann das nächste Mal uns angucken. Ähm, es gibt einen kleinen Unterschied zwischen Arrays und Listen. Aber, äh, ja. Ist nicht so wild. Okay, was wir jetzt hier machen ist, wir schreiben uns dieses Array, wir müssen es irgendwie definieren, dass wir gerade mit einem Array hantieren wollen. Und normalerweise schreibt man dann hin Int. Äh, ich mach das hier, wobei, ja doch, ich mach das hier nochmal weg. Ähm, das brauchen wir jetzt tatsächlich nicht. Int. Und dann solche eckigen Klammern. Und dann erst das A. Und jetzt sagen wir hier im Normalfall irgendwas wie New Array oder New Int. Und dann geben wir hier hinten dran an, wie lang dieser Int ist. Was dieses New Schlüsselwort hier macht, dazu werden wir uns noch sehr, sehr lang oder wahrscheinlich ein komplettes Video sogar drüber unterhalten. Okay, dieses New Int legt für euch ein Integer Array an. Und, ähm, was wir hier drin haben, ist dann am Ende sowas wie eine Zahl. Zum Beispiel 6. So wie wir gerade eben 6 Elemente da drin hatten. So. Ähm, das heißt, wir haben jetzt hier quasi 6 neue Ints erzeugt. Das ist, als hätte ich jetzt hier ein, äh, Achtung, wir müssen das hier nicht A nennen. Sondern wir nennen es jetzt einfach mal X1. Und das ist jetzt, dieses Array hier ist quasi so, als hätte ich ein IntX1, IntX2. Ich mach das mal hier ein bisschen kleiner. Wir machen hier nur 3 Elemente rein. Ähm, ist gleich, keine Ahnung, 0 normalerweise. Oder nicht generell. Wenn wir sagen, wir definieren uns nur dieses Array hier, dann sieht das so aus. Wir haben IntX1, IntX2 und IntX3. Einfach ohne Werte uns definiert. Und das ist quasi jetzt unser Array. Okay, das heißt, wir brauchen hier auch logischerweise 3 mal den Speicherplatz von einem Integer. Aber das ist nicht so wild. Davon haben wir eigentlich normalerweise ein bisschen mehr als nur 3 mal Integer. Okay, früher war das vielleicht ein Problem, aber mittlerweile eigentlich nicht mehr. Gut. Und jetzt haben wir diese 3 Integer. Aber was das Tolle an diesem Array ist, sie liegen direkt hintereinander im Speicher. Sprich, ich kann sehr, sehr schnell auf die Dinger zugreifen. Okay. So, jetzt möchte ich natürlich nicht nur 3 Integer haben, sondern ich möchte ihnen auch irgendwelche Werte zuweisen können. Ich möchte diese Werte auslesen können aus meinem Array und nicht extra hier diese Dinger da haben. Sonst ist ja mein Array ein bisschen arg nutzlos. Und was man dabei macht, ist normalerweise, man schreibt A, dann die eckige Klammer auf und dann gibt man an, welches von diesen Elementen man auslesen möchte. Also zum Beispiel 1 oder sowas. Oder, und jetzt ein wichtiges Detail, das solltet ihr unbedingt euch merken, das ist ungefähr das Wichtigste, was es in diesem Video gibt. Also wenn ihr was habt, dann jetzt kommt's. Wir fangen mit 0 an zu zählen. Das heißt, euer erstes Element ist immer bei 0. Das zweite Element ist bei 1. Und das dritte Element bei 2. Wenn ich A von 3 hier eingeben würde, also hier in unser IntArray hier, was nur 3 Stellen hat, dann hätte ich hier einen Fehler. Das heißt, mein Programm würde entweder abstürzen oder ich würde irgendeinen Mist draus bekommen. Aber auf jeden Fall nicht den Wert, den ich möchte. Meistens stürzt euer Programm ab. Das ist auch eigentlich das Ziel dahinter. Denn es gibt kein A von 3, denn es würde der vierte Integer aus meinem A rausziehen. Aber A hat nur 3 Integer, weil wir hier gesagt haben, A hat genau 3 Integer. Und das heißt, A von 3 gibt's nicht. Kann ich geben und wird's auch niemals geben. Es sei denn, ihr habt hier A von 4 reingeschrieben, dann geht das Ganze. Aber bei einem NewInt3 gibt's da riesige Probleme damit. Und deswegen mache ich das Ganze hier schnell wieder weg. Wir schreiben A von 0 dahin. So, und jetzt können wir sagen, A von 0 ist gleich 1. A von 1 ist gleich 2. Und A von 2 ist gleich 42, zum Beispiel. So, und jetzt haben wir hier tatsächlich drei Werte zugewiesen. Genauso wie ich das hier vorne hingeschrieben habe, kann ich die Dinge auch wieder auslesen. Das heißt, wenn ich jetzt Print A mache, dann kriege ich entweder die Adresse, da werden wir dann noch später drauf zurückkommen. Oder ich kriege die Werte. Das kommt immer drauf an, auf die Programmiersprache. Aber im Normalfall möchte ich ja einen einzelnen Wert hier auslesen. Was ich dann mache, ist folgendes. Ich schreibe hier hin A von 0, wenn ich diese 1 hier auslesen möchte. Oder A von 2, wenn ich die 42 haben möchte. Das heißt, so kann ich da drauf zugreifen und diese Werte auch wieder auslesen. Also irgendwie, keine Ahnung, vielleicht auch eine andere Variable in das dritte Element, keine Ahnung, neue Integer erstellen. Und dann einfach schreiben A von 2. So, und jetzt habe ich hier in meinem dritten Element das, was in meinem Array hinten stand. Also ganz hinten habe ich sozusagen drin. Mein Array sieht jetzt eigentlich momentan hier so aus, dass ich habe, ich schreibe das mal wieder in diese eckigen Klammern, so schreibt man das eigentlich meistens, 1,2,42. So sieht mein Array aus. Und wenn ich jetzt A von 0 mache, kriege ich den ersten Wert, A von 1 diesen Wert und A von 2 den hier hinten. Okay, so, jetzt gibt es oftmals noch eine etwas angenehmere Darstellungsweise. Wenn ich eh schon weiß, was für Werte da rein sollen, dann schreibe ich nicht new in bla 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 und muss dann hier die einzelnen Werte zuweisen, sondern ich kann das direkt hier oben machen und kann geschweifte Klammern benutzen und sagt dann hier sowas wie, was ist mir 1,2 und 42. Das kommt ziemlich genau aufs selbe raus. Dann erkennt euer Programm normalerweise automatisch, was ich hier tatsächlich habe. Wie gesagt, diese geschweiften Klammern können sich von Programmiersprache zu Programmiersprache unterscheiden, aber der Sinn dahinter ist dasselbe. Ich weise in meinem ersten Element ein 1 zu, meinen zweiten Element ein 2, also A von 0 ist dann 1, A von 1 ist 2 und A von 2 ist 42 und danach ist fertig. Das heißt, mein Array hat genau drei Elemente. Das ist dasselbe, wie wir es gerade eben hatten, nur einfach praktischer. Oftmals werdet ihr ja auch dann eine For-Schleife benutzen, um durch ein Array durchzugehen oder eine For-Each-Schleife sogar noch praktischer eigentlich. Und ja, das werden wir dann bei den Schleifen uns genauer angucken. Gut, das war es auch schon zu den Arrays erstmal. Wir werden, wie gesagt, noch die For-Schleifen uns angucken. Wir werden uns auch noch andere Dinge zu Arrays angucken. Die werden euch noch häufiger begegnen. Aber das war es, wie gesagt, erstmal und ich hoffe, es hat euch gefallen. Teilt das Video, wie ihr wollt. Liken dürft ihr es auch und Kommentare, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder sowas. Und falls euch irgendwas nicht gefallen hat, schreibt mir am besten dazu, was nicht genau und was euch gefehlt hat. Und dann mache ich das beim nächsten Mal vielleicht. Okay, dann hören wir uns und bis dann. Ciao! Ciao!